daraus auch die Logistik bieten, aber was viele gar nicht wissen, wir sind ja sozusagen auch der Bauch von wir haben ja ein Zentrum für verderbliche Güter, Parishable Center am Frankfurter Flughafen. Wie heißt das? Parishable Center, dann wird ja so was schönes. Zentrum für verderbliche Güter, ich hab's ja schon auf Deutsch gesagt, alle. Sind ja Politiker, der Böntgebein, verderbliche Güter, genau was. Die sind ja nicht am Bord, oder? Eben, man könnte ja über die Schwätze, ja. Auf jeden Fall, das sind also wirklich beeindruckende Zahlen, wir kriegen 50 Tonnen Fisch und Meeresfrüchte alleine am Tag, das ist mehr als der Hamburger Hafen umschlägt.